Willkommen zu einer weiteren Folge Perlvert. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade am überlegen, wo wir stehen geblieben sind. Jetzt der Aufnahme ist leider schon ein paar Tage her. Ähm, ich weiß noch, dass wir unterwegs waren. Und angefangen haben, die Karte zu erkunden. Ich glaube, wir waren jetzt hier unten. Ah, okay, da wäre dann der nächste Point. Und wir müssen mal gucken. Ähm, unsere Perls. Perls Management Box, okay. Genau, wir haben angefangen zu sortieren. Stimmt. Okay, wir haben angefangen zu sortieren. Dann werde ich das, glaube ich, immer nebenbei mal machen. Mit dem Sortieren. So, dann. Wir müssen uns erstmal klar werden. So. Dreischussbogen. Armbrust. Was bauen wir denn? Wir bauen doch hier noch eine Armbrust. Hä? Ist das vielleicht eine bessere Armbrust? Hm. Grasschaden leicht vermindert. Arbeitsgeschwindigkeit leicht erhöht. Okay. Essen haben wir auch noch. Drei Slots haben wir. Wie sieht's hier aus? Ähm. Ja, ich muss mich erst nochmal. Warte mal. Bälle werfen war... Was waren Bälle werfen? Ähm. Das war Reiten. Ähm. Mit... Ich glaube, Bälle werfen war Q, oder? Ähm. Warte nochmal. Re... Ja, ich würde gerne kurz noch mal... Nee, Reiten nicht. Okay. Bälle werfen war Q, tatsächlich. Eva... Okay. Ich muss mich gerade... Wie gesagt, die letzte Aufnahme ist leider ein paar Tage her. Ich muss mich kurz erstmal sortieren. Das sind die, die wir dabei haben. Okay. Sehr gut. So, die Waffe ist fertig. Mhm. Okay. Was ist denn das für eine Waffe, die wir jetzt haben? Wo war Inventory? Okay. Bauen war B. Och, Mann. Da spielt man mal zwei, drei Tage nicht. Ah. Und dann ist das... Ah, okay. Das war... Die gewöhnliche Armbrust. Die aber... Och, du. Die macht einfach mal 80 mehr Schaden. Halleluja. So. Da... Hier waren unsere Eier drinne. Die sind noch am... Machen. Okay. So. Sorry. Nee. Wo sind denn unsere Waffen drinne? Ja. Können wir dich nämlich erstmal wegpacken. Haben wir keinen Speer dabei? Achso, so ein Steinspeer. Okay. So. Ähm. Warum ist das nicht da drinne? So. Wie war denn Fliegen nochmal? Ah, okay. Einfach nur Leertaste. Sehr gut. Sehr gut. Oh, Mann. Wie lange habe ich jetzt nicht gespielt? Ich glaube, 10 Tage. 14 Tage oder so. Und ich habe schon wieder so viel vergessen. Äh. Das kam woanders hin. Daran kann ich mich noch erinnern. Ähm. Ah, ja. Das war so YouTube voll. Okay. Gut, 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 gut. Wie sieht es denn allgemein mit Steinchen aus? Oh. Okay. So. F. Und. F. Und. F. Und. Nee, wie? Wie? Ah, okay. Einfach so. Sehr schön. Sehr schön. Sammeln wir mal kurz alle ein. Die sind alle Penny, Penny. Warum schläfst du da drauf und nicht er? Hm? Hm. So. Zement ist ja fertig. Nee. Zement wird noch gebaut. Okay. Zement müsste hier reinkommen. So. Und dann werden wir... Wir müssen auf jeden Fall erkunden gehen. Ähm. Wir können ja mal kurz rüber... Und schauen, ob der Boss da ist. Einfach zum Eingrooven. Weil wir brauchen ja so oder so die Technologie. Ich weiß halt nicht, warum wir den das letzte Mal gemacht haben. Wir waren ja eine Weile... Ähm. Unterwegs. Er ist da. Oh. Er ist instant down. Oh. Er ist instant down. das ging schneller als erwartet so wir hatten jetzt die feuerpfeile aber das liegt doch mit der armbrust zusammen nachher wir haben jetzt bekommen eigentlich naja gut so wir waren im süden wir waren hier im norden können ja hier noch weitermachen nein liegt nicht mal schnell dahin machen wir noch 23 bosse erst mal bevor wir kunden gehen ein bisschen bosse und dann gehen wir weiter der war doch da oder ne ich bin falsch der war in der anderen richtung der wird da ja guckt mein level dann guck euer level an also wirklich dass sie das überhaupt in betracht ziehen immer seht ihr nicht dass ich eine gefahr für euch darstelle dann schon betreten so aua oh der ist ein bisschen stärk mhm 43 nur wenn ich ein bisschen wenig ja 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 Ich krieg die Schuhe, Kleiner. Das kann doch nicht sein, ey. So. Einen Schutz hätte ich noch. Den ich ihm verpassen kann. Jawohl, haben wir auch. Oh, davon brauchen wir auch noch welche. Für die XP. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. So. Dann lass mal Lucky Lucky machen. So. Wo gehen wir als nächstes hin? Theoretisch wäre ja... Er ist im Wald, glaube ich. Er war unten, das weiß ich noch. Also, das wäre auf jeden Fall eine Variante. Der war, glaube ich, ziemlich stark. Aber die geben uns halt ordentlich XP, ne? Muss man jetzt einfach mal so sagen. Ähm. Ja. So. Das müsste, wenn ich mich nicht täusche, ja. So. Komm du mal her. Glaub jetzt, zu Fuß sind wir schneller. Oh, oh. 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 Nein, wunderschön. Weil wir brauchen... Brauchen wir für bestimmte Wacken gerade irgendwelche Updates? Oh, da ist er. Da ist er. Ah, der ist... Der ist, äh... Schon um einiges, äh... Okay, du machst einfach mal so. Hopp. Ich war's nicht. Er, da drüben war's. Ich hab gar nichts gemocht. Okay. Wow. Okay. Achso, er kann nicht oben. Schau dir, Digga. Da oben. Was? Der kann fliegen? Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hm. Hey, komm mal, du wieder. Ja, der Ball wird zu schwach sein. Weil der hat nur noch 9 Life. Oh. Haben wir. Nummer 2. Gab ordentlich XP. Das gab ja mal richtig ordentlich XP. Sehr schön. Okay, ähm. Haben wir dich auch. Ähm. Guck mal bitte her. Wo gehen wir jetzt hin? Wir könnten uns noch Wumtumt, äh, keine Ahnung, wie der heißt, holen. Der war auch ziemlich stark. Sollte also auch ordentlich XP geben. Ähm. Jo. Was ist das da? Äh. Einfach nur ein Brocken. Der liegt hier einfach nur rum, ne? Den können wir nur da insommen. Hm. Hm. So. Okay. Weiß gar nicht, ob wir von denen schon genug haben, muss ich jetzt ehrlich so sagen. Bin mir nicht sicher. Können wir sehen. Äh. Ich glaube ja. Ja. Dann verkaufe ich dich. Und dich. So. Okay. Oh, da ist noch eine Statue. Ist ja gut, dass wir hier nochmal lang reiten. Die hätte ich sonst definitiv übersehen. So. Haben wir. Sehr schön. Und da ist ja noch eine. Hä? Warum sind die auf einmal so viel Startbund? Hm. Federaarschmuck. Okay. Also, da unten müsste der Boss sein. Aber haben wir hier nicht alles abgesucht. Oh Mann, ey. Wir müssen wirklich nachts eigentlich komplett die Inseln umfliegen, um alle Statuen und so zu entdecken. Ist ja grausam. Das ist ja nicht schön, würde ich jetzt mal so sagen. So. Äh. Wo ist er denn? Hä? Eigentlich müsste er ja doch hier sein, oder? Da ist er. Wumpo Boot. Okay, der ist 38. Ei, 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 ei. Nein, ich hab dir nix getan. Ist nicht. Aua. Wo ist denn Kopf? Ah, da ist mein Ding kaputt. Mein Schild. Ich kann nicht ausweichen. Jetzt. Jetzt. Na, brennen. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, das war nicht gut. Da kannst du dich gerne auf mich konzentrieren. Habe ich gar kein Problem mit. Einer Schaden, ey. Mann, warum warte ich immer nicht die Attacke ab? Indiziert der die Angriffe von meinen... Nee, oder? Oh, das ist schon. Oh, das ist schon. Dangerous? Okay. Okay. Guck mal, hab da noch einen. Wir müssen ihn so auf 200 auf jeden Fall runterkriegen. So. Nee. Wer treibst du da? Brenn! Burn, Baby, burn! Nee, nee, deine Minen kannst du mal selber... Hallo? Nein, nicht schon wieder! Hm... Okay... So... Das wird wieder so ein richtig schönes, doofes Spiel werden... Nein! Ja... Ja... Meine! Und dann... Oh, da sind drei ja auch gestuft worden! Sehr gut! Uh, hat ja auch noch lange genug gedauert, ne? Guck mal her! Okay... So... Okay... Dann sind wir jetzt hier... Ähm... Da drüben ist eine neue Zone... Ich weiß aber nicht wie stark die da sind... Da ist auch eine neue Zone... Und dann lassen wir einfach übers Wasser... Können wir ja schon mal ein bisschen erkunden... Vielleicht sehen wir ja auch die eine oder andere Statue schon mal... Für uns... Weil die können wir gut gebrauchen... Da... Ich sag's ja... Ach... Da ist einer... Ich glaub wir können sogar noch einen Stützpunkt bauen... Aber den würden wir dann viel weiter im Norden dann errichten... So viel steht außer Frage... Nein... So... Gehen wir nach oben bitte... So... Haben wir die Statue... Es ist die Frage, ob wir einmal außenrum fliegen... Ah... Also... Die Frage ist halt... Wo fliegen wir lang? Wir können jetzt hier erstmal unten lang fliegen... Sehe jetzt hier zumindest erstmal... Keine... Okay... Da sind auf jeden Fall... Was haben wir da? Level 24... Okay... Das sind Bösis... Gucken hier weiter... Cool... Nehmen wir mit... Silberschlüssel... Sehr schön... Da oben ist noch einer... Grünbach... Okay... So... Nein... Ich bin manchmal am überlegen... Also... Rennen... So ist ja schneller... Glaube ich... Zumindest... Ähm... Die Frage, die sich mir jetzt stellt... Lohnt sich... Oh, da... Ein 45er... Uff... Der hat das noch ein bisschen hart... Würde ich sagen... Okay... Also... Ja... Da sollten wir definitiv noch ein bisschen leveln... Aber wir können ja mal gucken gehen erstmal... Ob der da rumeiert... Oh... Oh... Was ist das denn? Ach... Ein Ei... Lass mich jetzt schon von normalen Eiern hier triggern... Oh... Gucke mal... Das war doch ein Boss, den wir da hatten... Oder? Das ist jetzt ein normaler... Glaube ich... Oceane... So zu gucken... Hm... Wo ist er denn hin? Ach... Der kann auch fliegen? Ah... Äh... 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 Nein... Oh... Davon haben wir gar nicht... Gar keine Bälle... Mehr... Guck mal... Ob er... Ja... Irgendwie... 4% Chance... Kannste knicken... Der hat hier... Welche umgebracht... Sehr gut... Ja... Die geben halt nicht mal ansatzweise... Deswegen wird bestimmte Sachen wirklich nur noch Bossfights... Farmen... Weil die einfach so viel mehr geben... So... Da ist aber ein Baum... Einen Baum nehmen wir mit... Rüchte... Da müssen wir halt gucken... Ich weiß halt nicht, welches Level Max ist... Immer noch nicht... Oh... Was bist du? Ne... Einen Affen haben wir schon... Einen Affen haben wir schon... Das weiß ich... Aber da haben wir wahrscheinlich nicht genug... Ja... Okay... Haben wir nicht... Ist nicht... Ist nicht... Ich bin in meinem Fall mal mit... Hm... so also die Bosse lohnt sich halt, was XP angeht einfach mehr ja, ich krieg gut XP von denen, aber meine meine Pulse nicht deswegen ähm lass mal nach oben bitte okay oh, was ist das? da war doch da war doch was ganz große ich hab's doch gesehen bist du was besonderes weil du so groß bist hm hm ich bin mir halt nicht sicher weil ich will den da nicht triggern aber du bist doch verdammt groß, oder? ne, Elisabeth ich glaube, das ist ein Boss also 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 nicht ein Boss in Boss Sinne, sondern ok hm 6% nur oh ok das ist gut nein ach man 25 ok ne, da gehen wir noch eine Stufe höher ah 60% wer bist du? Elisabeth die ach das ist so eine Königin ok haben wir die jetzt das erste Mal gefangen? da tatsächlich ok da unten ist ein Ei Honig oh, die stellen können wir ah, da müssen wir mal gucken ob die Königin oder die Arbeiter Honig herstellen das wäre natürlich super aber Honig kann man gut gebrauchen für irgendwas konnten wir Honig gebrauchen ich glaube für Kuchen Pfannkuchen kann mich natürlich auch täuschen wie so häufig so mein Hauptproblem ist tatsächlich dass ich Stadt und Suche und sie nicht finde so geh mal runter so 35 in die Richtung das sollte doch machbar sein ach da das sollte doch machbar sein oder? hätte ich jetzt gesagt da ist direkt auch noch eine Statue was bedeutet wir können den abfarmen alle paar Stunden da wäre sogar noch eine Königin mit Gefolge beides was ich gerne also einmal das Gefolge hätte ich gerne ich hoffe ich töte sie nicht direkt sorry ich nehme mich direkt mal mit weil ich wissen möchte ob ich mit euch Honig erzeugen kann das wäre super hallo ähm wo bist du hä wozu ach sie ist wieder oben ok da ist eine Statue sehr schön nicht sterben nicht sterben dich nehme ich doch mit ja gut das meine ich es ist dunkel hallo es ist dunkel und man sieht einfach da ist eine Statue da ist eine Statue dich habe ich übersehen also wenn ich hier zufälligerweise noch eine nein ähm wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Statue hier ein das gibt nämlich auch noch ein Technologi oh so ähm du müsstest jetzt down sein ne ja gut tut mir leid wenn ich dich getötet habe aber wir brauchen die Statuen ich weiß gar nicht wie viele Statuen wir brauchen ich glaube beim letzten Mal haben wir 20 21 benötigt Liga der ja ja hm ihr seid Freunde ja das stimmt aua aber ähm das genaue Gegenteil macht ihr so haben wir auch haben wir hier irgendwo was übersehen ich sehe zumindest jetzt hier auf den ersten Blick keine weiteren Statuen das gut dann lass uns doch einfach mal hier reingehen Sphäre der Schnelligkeit na schauen wir doch mal ob wir hier schnell sein können müssen dürfen so vielleicht hat er ja nie war der nicht der ist 35 gut der ist niedriger als wir ja oh der Angriff war nice ok der verliebt oh nein und hat wieder ordentlich eine abbekommen wow jetzt muss ich langsam auffassen ah geht noch Powerball die ging daneben hat er erwischt sagen ein Angriff noch ich hoffe nicht dass der jetzt ok ja first try erster boss sehr gut die qualität des bodens über den hobbelt verbessert sich immens und pflanzen beginnen zu sprießen oh hört sich interessant an ähm dann lass doch mal looky looky machen das ja noch ok wir kommen raus und sehen eine Statue versteckt hinterm Wasserfall natürlich lalalalala wollte jetzt eigentlich nach hause gehen aber dann haben wir jetzt schon mal wieder ordentlich fortschritt gemacht ne wir haben neue pearls wir könnten natürlich das lager da oben noch machen fällt mir gerade so auf da oben ist doch noch ein doofes lager oder von den ich tippe mal pearl freunden oder pal freunden besser gesagt dann lassen wir nach da oben da liegt auch noch munition also die werden hier auch ordentlich abgeschlachtet anscheinend weil die haben doch bestimmt irgendwen wieder im käfig oder seele das gut wow so nun haben die im käfig na toll soll ich mit dem huh langsam rechts mir sagen die ist doch alle in ordnung wir haben doch hier alle platt gemacht und da ist ein hund drin naja komm wir holen dich mal raus wir sind ja nie so und lassen dich hier zurück level 19 erschicken immerhin ok jetzt aber jetzt geht es aber ab nach hause erst mal ach da oben da ist auch sprich ne das ist ja noch nicht in dem gebiet so da ist auch noch forschungsgebiet das ist gut und da sehe ich überall nichts so ähm es kommt vorwärts vorwärts so ab nach hause ähm unser home war da und und da müssen wir drühen ja stimmt wir haben ja noch den zweiten schützpunkt wo wir auch noch mal gucken können ob da oh ob da na sagst schon wie es mit mit unserer Eisenproduktion aussieht öffnen so Antike kommen hier rein oh das geht ja dann da haben wir ja schon ein bisschen Antike gesammelt ne haben wir hier noch irgendwas Bauplan Federhaarschmuck Bauplan Armbrust das sollten wir eventuell mal eine oder so dann verkaufen du kommst hier noch mit rein so was haben wir denn hier dich haben wir dich haben wir okay das kommt woanders rein du kommst hier rein du kommst da rein das kommt ganz woanders hin ihr beide kommt drüben rein noch der Honig kommt hier noch mit rein oh da haben wir mal ein bisschen gesammelt so Ei ist essen ein Silberschlüssel ja essen 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 und die drei Pflanzen okay dann sind wir da ja schon fertig so wie sieht's denn hier aus können wir euch noch hinzufügen nein okay können wir nicht weil das da noch drin ist aber jetzt ist es immer noch ein Problem hm dann machen wir mal folgendes wir sortieren mal kurz und gucken mal von was wir wie viel haben so dann dich noch okay dann können wir dich noch dazu tun dann haben wir dich zu viel können wir dich erstmal ich können wir tatsächlich erstmal hier reinpacken wie die sammeln ist ja auch ausgerechnet das immer da reinpacken müssen auch das kommt rüber halt so Eier sind fertig dann können wir ja gleich mal neue Eier reinpacken hier kommen euch weil ich würde dann nämlich nochmal gucken so nein nicht du da okay nach unseren neuen würde ich mal Ausschau halten okay ähm und okay das geht schnell ähm essen wie sieht's überhaupt aus schaschlik spieße und oh wo ist jetzt los achso du bist jetzt ach man erschreckt mich doch nicht so wir könnten Torte machen aber Torte ja für Torte braucht man das genau wow machen bereiten wir dich noch zu dann können wir glaube ich noch ein paar Marmeladenbrötchen bauen so für uns gucken jetzt hier nochmal nach kurz oh sehr gut müssen wir hier wie so reinpacken das kann noch mit nach da okay haben wir auch äh wie sieht's denn hier im allgemeinen aus hier noch groß was zu tun also ihr habt auch noch essen das freut mich ja das freut mich wirklich meine Damen meine Herren ich sammle natürlich hier mal für euch ein damit ihr weniger zu tun habt so können wir das wieder wegpacken so dann können wir mal wirklich sortieren was wir hier an doppelten ähm Rezeptnamen weil die verbrauchen sich ja nicht erstmal okay das wären jetzt die Rezepte so können wir das wie konnte man das nochmal teilen so bedeutet das können wir alles verkaufen an Rezepten ähm das Ei hab ich vergessen wegzulegen ja so da ist noch Stein und dann gucken wir mal nach den neuen Pokémon oder ja ich bin schon wieder auf Pokémon nein natürlich auf die neuen Pilze ähm was wir da allgemein bekommen haben so schauen wir doch mal Bellbox die ist natürlich voll also wir haben wieder einen Boss bekommen der ist isoliert wir haben einen Boss hier sogar draußen weil der Transport macht Handarbeit gut ist ja und dann ersetzen wir tatsächlich ihn mit dem Boss tut mir leid aber du wirst erstmal ersetzt du kommst aber erstmal nach hier drüben irgendwo genau so dann haben wir ihn ganz normal ey wir müssen hier dann wieso gucken ah guck mal hier Holzfällen Transport und Pflanzen haben wir davon hier einen draußen nee ach tatsächlich ja hier was wir hier eingesetzt haben wir haben sie dafür draußen drei Pflanzen ja er macht Elektro Holz und Transport wenn es sein muss ich glaube die Sortierung mache ich selber das hier war einer unserer neuen auch Holz Handwerk Pflanzen ja ist nochmal umfangreicher als sie oder er hat zwei im Transport und er macht Holz anstatt Medizin brauchen wir nicht wir brauchen keine weiteren Holzfäller erstmal nee dann würde ich sagen passt das so ich gehe nochmal genau wir machen jetzt an der Stelle dann für heute hier Feierabend ich werde nochmal ein bisschen sortieren die Perls gucken was wir hinpacken und dann sehen wir uns morgen wieder daher danke fürs zusehen und schudel 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 Vielen Dank.